Es gibt keinen besseren Burger als bei Burgershot, ne? Ihr wisst Bescheid. Jo. Wo ist denn dieser Burgershot? Ich werd bekloppt hier, ne? Du Scheiße! Was ist heute? Ich werd Onkel, ich find das schön. Aber hey, ich bin enttäuscht, dass Damien hier Patent Onkel wird und nicht Reinhard oder ich. Ist Damien grad gegen die Pfosten gefahren? Ja. Ich brauch keinen Patent Onkel, werd ich mit Onkel. Darf ich dich einfach mitnehmen? Äh. Hat er auf den Pfosten geschossen? Ich glaub, der hat den Pfosten erschossen. Damien, die kannst du nicht erschießen. Oh. Das ist die Täter. Das ist die Täter. Hallo Pity, komm gleich wieder. Wir haben schon wieder Schüsse gehört. Ich komm gleich her und sag, könnt ihr bitte ins LSC gehen? Hier sind Schüsse. Gebt man Sicherheit. Hat man alles schon. Ja.